Mein Name ist Max Fichtel, ich arbeite seit 2022 ebenfalls im Fokus Leistungsmedizin, bin da an der Seite von Roland Lange tätig. Einfach aus der Tatsache oder der Tatsache geschuldet, dass die Fokus Leistungsmedizin und die Diagnostik generell ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil in der Diagnose für unsere Patienten geworden ist und die Nachfrage immer größer wird. Ich selbst habe an der Deutschen Sporthochschule in Köln studiert, dort angefangen mit dem Bachelor im Bereich Sport und Leistung und im Anschluss den Master im Bereich Exercise Science and Coaching. Schwerpunkt war dort immer die Betreuung von Leistungssportlern oder wie sich eben Belastung auf den Körper auswirkt. Das geht aber sowohl im Bereich der Leistungsdiagnostik wie auch im Hobbybereich oder dann eben auch bei verletzten Sportlern oder auch Senioren im Alltag. Das ist meine Aufgabe hier im Fokus.